Und damit begrüße ich euch zu einem neuen Abonnenten-Special und zwar nicht das 100, nicht das 150, sondern das 200-Abo-Special. Und wie bei jedem Abo-Special bin ich euch natürlich erstmal zu Dank verpflichtet. Allerdings habe ich mir vorgenommen, nicht in jedem Video jetzt wieder zu sagen, ich danke euch und so weiter, das ist toll, das ist super. Das wisst ihr natürlich erstmal alle. Und zweitens habe ich wieder vor, das Abo-Special ein bisschen zu spalten. Ich mache jetzt keine Riesennummer natürlich, weitläufig mit einer Projektverbindung wie beim 100-Abo-Special. Ist allerdings eine tolle Idee, die ich auch nochmal weiterempfehlen kann. Kommt vielleicht auch nochmal im größeren Rahmen, wenn sich im Bereich WoW wieder ein bisschen was Größeres tut. Aber ich wollte eigentlich nicht über die Projekte reden, sondern eure kleine Aufgabe wieder ansprechen bei diesem Abo-Special. Denn ihr könnt wieder was dazu beitragen, da es mir dabei ja auch immer ein bisschen um die Interaktion mit meinen Abonnenten heißt, mit euch. Oder mit dir als Zuhörer eben geht. Und zwar erfreuen sich eigentlich die WoW-Chat-Zitate eigentlich einer großen Beliebtheit. Genauso wie die WoW-WTF-Videos natürlich auch, weil es kleine kurze Sachen sind, die einem meistens ein kleines Lächeln über das Gesicht zaubern sollen und so weiter. Und ja, und zwar habe ich mir gedacht, dass ihr dazu was beitragen könnt. Das heißt, bevor ich da Näheres erkläre, mich in Skype adden, Craft12354, Deutschland, Germany, irgendwas. Was Herr Mayer als Profilbild habe ich da, daran könnt ihr es vielleicht erkennen, wenn das angezeigt wird. Haben auf jeden Fall schon viele hingekriegt. Das heißt, wer es noch nicht hat, der kann das auch so schaffen. Das heißt, mich da adden und dann die folgende Anleitung befolgen. Denn ihr könnt mir eure Screenshots in Bezug zu WoW-Chat-Zitaten schicken. Wenn ihr da was habt, worüber man lachen kann, was total bescheuert ist. Wenn ihr auch wieder Palatins immer in Nord-Entero zu Rest-Siden, was weiß ich nicht, hattet mit Stoff-Equip und so weiter. Alles rein und natürlich nicht ob WoW. Es gibt ja genug Spiele, wo natürlich auch lustige Leute rumlaufen und komische Sachen in den Chat schreiben. Das heißt, solange es im Chat ist oder irgendwas mit Equip, was jeder nachvollziehen kann, der das Spiel nicht unbedingt direkt spielen muss. Natürlich weiß ich nicht, wer sich WoW-Chat-Zitate anguckt, wenn er auch nicht weiß, dass ein Paladin Plattenrüstung kriegt und so weiter. Von daher geht es also darum, wenn ihr lustige Sachen im Chat und so weiter auch habt, wo ich mir sicher bin, dass jeder da ab und zu mal die Screen-Taste gedrückt hat, dann könnt ihr mir die zuschicken und ich schneide das im Video dazu. Eure Namen nach Möglichkeit werden dann natürlich auch noch genannt. Das will ich ja gar nicht dabei verschwinden lassen. Die Idee kommt übrigens von GigiGagagigo, der hat mich da drauf gebracht. Ich hatte auch schon so einen Gedanken im Hinterkopf, aber er hat es dann in diesem Sinne ausgesprochen und die letzten Funken überspringen lassen. Danke an dich also nochmal im Speziellen. Und ich fasse es einfach nochmal zusammen. Heißt, mich im Skype adden, allerdings bitte nicht willkürlich, sondern jetzt in Bezug auf dieses Projekt eben. Dann eure Screens, könnt ihr schon vorher zuschneiden, sag ich mal, dass man eben nur das Wichtigste sieht. Wenn nicht, mache ich das auch noch. Könnt ihr mir aber einen Teil der Arbeit abnehmen, wenn ihr das möchtet. Dann soll es auch eine Qualität sein, wo man halt erkennt, wenn es im Vollbild ist und so weiter, was da geschrieben wurde oder worum es geht. Die schickt ihr mir dann einfach, schreibt mich an, hey, ich will dir jetzt mal was schicken und so weiter. Dann sage ich, okay, hau mal rein. Dann zieht er das einfach da in den Kasten runter. Ich denke, wie man Dateien verschickt im Skype, das ist weitestgehend bekannt. Und das war es dann auch schon. Dann schreibt er mir noch euren Namen dazu und dann versuche ich das zusammenzuschneiden. Ich hoffe, da kommt ein bisschen was zusammen, dass nicht irgendwie 90% von mir sind. Und ja, wenn nicht, dann haben wir halt ein kleines Extra mit irgendwie Abonnenten-Chat-Zitaten hinten dran. Dann sind es halt nur drei. Aber ihr wart eben auch mal dabei, ne? Dann hoffe ich einfach mal auf eure Zusammenarbeit. Hoffe, ihr habt auch euren Finger immer an der Drucktasse, wenn lustige Sachen geschrieben werden. Und muss mich da ein bisschen auf euch jetzt einfach an dieser Stelle wieder verlassen. Habe ich gute Erfahrungen mitgemacht, deswegen glaube ich, das haut auch wieder hin. Wie gesagt, Craft12354 im Skype. Da müsste ich zu finden sein. Wenn nicht, schreibt er mir nochmal eine PN, dann gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Und ansonsten wünsche ich uns noch viel Spaß beim Abospecial und hoffe, dass da gute Ideen eingehen. Und ja, bis zum nächsten Video.